Willkommen im DocCheck Shop. Heute präsentiere ich Ihnen das DocCheck Stethoskop-Holster. Mit diesem Holster ist das Stethoskop gut geschützt und immer griffbereit. Es wird am Gürtel befestigt und bietet zusätzlich Platz für weitere Instrumente und Materialien. Das Stethoskop-Holster ist aus einem robusten Nylon-Gewebe gefertigt und verfügt über drei Fächer. Das große Hauptfach bietet Platz für viele handelsübliche Stethoskope. Ein Nebenfach ist für weitere Instrumente wie Universalschere, Pinzetten oder Klemmen geeignet. Das dritte Fach ist etwas kleiner und eignet sich gut für Einmalhandschuhe oder weitere Kleinteile. Zudem verfügt das Stethoskop-Holster über eine Gummischlaufe für eine Diagnostikleuchte oder Taschenlampe. Im Lieferumfang enthalten ist das DocCheck Stethoskop-Holster ohne Inhalt. Mit dem DocCheck Stethoskop-Holster ist Ihr Stethoskop griffbereit und sicher untergebracht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald im DocCheck Shop!